Wie kann ich das Ding? Was ist das? Schnell verstecken. Boah. Was für ein romantisches Bild da oben. So aus als wäre es weg. Ich weiß nicht wer oder was das war, wohin, wieso, warum. Nein, ich krieg's nicht auf. Mist. Komm ich da durch, komm ich da nicht durch. Das ist hier die Frage. Doch, es geht, es geht, es geht. Nein, oder? Ganze Weg nochmal, mit Schlüssel. Äh, Mann. Hä? Hä? Das etwas ist gerade weg. Ach, das allerbeste ist natürlich, jetzt habe ich zwei von denen an der Wacke. Ich muss halt ehrlich sagen, dass, äh, der Puppenspieler fand ich schlimmer. Das hier sieht, ähm, mir eher so nach nem alltäglichen Tag in der Küche aus. Naja. So. Hört sich jetzt da hin. Macht da irgendein komischem Kram? Ich glaube, wenn ich hier jetzt runterspringe, muss ich, zum Glück, verlier den Schlüssel nicht. Okay. Wo ist eigentlich der zweite? Bist du eklig, Mann. Nein, schlechte Idee, der kommt ja gleich wieder. Und jetzt? Nein, nein. Nein. Na gut, vorsichtig. Bleib bloß weg. Er wandert da hinten immer noch herum. Okay. So, nochmal da drehen. Nochmal in die Küche zurück. Da hinten nochmal rum. So, jetzt. Die müsste jetzt weit genug weg sein. So, ob ich hier durch kann. Ah, sehr gut. Da kann ich mich drin verstecken, wenn was sein sollte. Ah, Moment, hier. Hier lang muss ich. Da komme ich nicht durch. Ah, ja. Tür ist abgesperrt. Okay. Ah, die Wurstfabrik. Ich glaube, das hat nicht ganz gereicht gehabt. Wie gesagt, ich habe das hier schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht mehr ganz genau, wie ich da hinkomme. Ups, nein. So war's. Genau. Ich muss hier irgendwo ein Stück Schinken oder sowas finden. Ah, ja. Und wieder so eine Statue. Ich will immer noch wissen, was die bringen. Ich habe keinen Dunst. Jetzt hat mir auch noch keiner erzählen können, was die genau bringen. Oh. Oh. Nein. Keine gute Idee. Ne, da komme ich nicht hoch. Der arme da oben ist eingefahren. so hier hoch gucken wir mal hier hier ist so ein stück schenken aber leicht nein 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 ist gut noch mal schwingen 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 jetzt haben wir es da ist das ein stück fleisch ja doch ständig hunger kann die damit ziemlich lange sich ernähren hier ist das ist ja noch so ein stück so jetzt ich denke müssten jetzt genug haben dass wir nur erst machen können so eine wie die hier klopft da einer die wurstkette da unten sieht man doch was oder ich glaube das noch vom boden sollte man wahrscheinlich doch nicht sehen ok hier bin ich mir echt nicht mehr sicher was jetzt kommt oh ziemlich kalt kommt jetzt sieht aus wie so eine art gefrierschrank oder so hier können wir uns verstecken wenn was sein sollte ich hoffe mal nicht also doch alter nimm deinen käse und geh mein gott 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 Masse Mal gucken Nein, schnell da auf die Seite rüber. Okay. So. Sieht er mich denn, wenn ich da durchgehe? Ey, der ist so beschäftigt mit seinem Fleisch. Was zum Geier machst du da? Hälter! Zum Glück sind die doof. Richtig doof. Da hoch muss ich. Ich bin mir nie hundertprozentig sicher, wann er hier rüber geht. Und den Schlüssel werde ich wahrscheinlich für irgendwas brauchen. Nur sehe ich noch nicht, du für was. Ah, ein Moment. Um. Entschuldigung. Da war gerade jemand an der Tür. So. Hier kann ich rüber, da kann ich rüber. Machst du da noch den Hackebeiler? Oh. Nein. Komm ich nicht unten drunter durch. Komm ich nirgends woher hin? Ah, Moment. 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 Oh. Oh. Ist er mich erschreckt? Ach Mist, ich hätte hier lang gehen sollen. Direkt den Schlüssel holen. Oder? Ich bin mir jetzt gerade echt unschlüssig. Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Und für was ich den Schlüssel gebrauchen könnte. Okay. Ich bin ich. Hm. Hm. Mhm, mhm, mhm. Tipp wäre jetzt eigentlich ganz gut. So, noch mal runter. Weiß nicht, wohin. Ah, hier. Weiß nicht, wohin. Nein, nein, ah. Mist. Ah. Verdammt. Ah, Mensch. So ein Dreck. Ah, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und... Mh, ich hätte gesagt, wir holen uns beim nächsten Mal den Schlüssel. Wir machen es diesmal richtig. Weil ich vermute stark, ich kann da unten nicht durch die Tür mustern und mich wirklich in dem Ding da verstecken. Gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.